Das Hotel-Seminar liegt in Kamjuva in türkische Riviera. Das Hotel-Seminar ist beliebt unter den Gästen. 86% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 213 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel-Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein, sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,1 Sonnen von 5,1 Sonnen widerspiegelt. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,1 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,1 von 6 Sonnen. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Lage und Umgebung Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke, sowie Entfernung zum Strand auszeichnen, kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.